ja halli hallo liebe individualisten und herzlich willkommen ich bin der chris und ich wünsche euch frühe feiertage ruhige feiertage verbringt die zeit mit eurer familie mit euren freunden mit den menschen die euch wirklich wichtig sind vergesst diesen ganzen stress diese ganze hektik die oft rund um weihnachten gemacht wird genießt einfach die zeit geht es ein bisschen raus und schaltet einfach mal ein bisschen ab und verbringt zeit mit den menschen die euch am herzen liegen weil das ist am ende des tages genau das wofür dieses fest steht in diesem sinne wünsche ich all denen die es feiern ein frohes fest allen anderen eine ruhige und entspannte zeit und wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dahin wünsche ich euch jetzt alles gute viel spaß auf euren touren schaut dass rauskommt bis zum nächsten mal euer chris